Freunde, was genau? Pundscha, meine Klappenmeister, es wird gerade zu einem neuen Video auf dem Kanal leuchtet und es gibt neue Maeve Memes, Crew Memes, Freunde. Und ich bin schon richtig gehypt und ich hab so Bock, uns totzulachen. Freunde, Memes, bei denen du dich totlachst, Crew Memes Nummero 10. Und mit dabei mein Freund, André. Maeve, jetzt wenn du nicht noch ein Video machst, dann hau ich dich kaputt. Halt, stopp. Wir leben nicht gemobbt. Dein Niveau, mein Niveau. Abstand. Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe, André. Kannst du kurz sagen, dass die uns abonnieren sollen? Weil du einfach Rotoband bist, Digga. Abonnier uns. Freunde, ich würde mal sagen, wir starten rein. Es wird immer lustig bei diesen Memes, Freunde. Ihr wisst Bescheid. Und falls du neu auf diesem Kanal bist, dann freut es mich, dich kennenzulernen, mein Lieber. Und da würde ich mal sagen, André, wir starten rein in das lustigste Video der Welt. Soll ich starten oder was? Wir starten oder was? Wie lange ist das? Elf Minuten? Abfahrt. Er macht Premium. Abfahrt. Okay, drei, zwei, eins. Alter, wer ist denn die geile Sau? Great. Helikopter. Helikopter? 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 Ja, oh, 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 oh. Da fliegt einfach einer, Digga. Es wird auf jeden Fall Minecraft-Spieler im Team. Mächtig. Es wird... Da ist mein Name, Digga. Überall Wähler auf der Welt sieht meinen Namen. Mama, ich bin reich. Kauf mir ein LTV-Plattform, Design, Mediatechnisches Gerät. Freunde, André, mach mal Pause, bitte. Hört ihr? Ich hab Angst. Oh, jetzt sieht den dicken Arm die ganze Zeit, Digga. Oh, ja. Geiler Stopp-Bild. Freunde, checkt natürlich auch Mave-Memes ab, habe ich unten verlinkt. Er gibt sich immer übel viel Mühe für diese ganzen Memes. Er würde mich freuen, wenn wir ihn mal ein bisschen pushen könnten, Freunde, damit der motiviert ist. André, wir machen weiter und guck vorne in meinen Achsel. Nein, bitte nicht. Doch. Weil du musst danach, du weißt, dass dein Mund danach... In's Gesicht, jetzt André, jetzt zeig dein Gesicht. Oh, ja. Warte. Oh. Jürgen, was ist das, Digga? Anonymes Tod, Digga. Digga, ich seh dich nicht auf dem Turm da. Im Glockner-Rockner. Im Glockner-Rockner. Okay, Bild. Wir spielen eher dieses Räuber und Gendarm oder Gendarm, wie nennt man das, Odoman? Räuber und Gendarm. Räuber und Wantan. Räuber und Gendarm, wie nennt man das außen spielten. Räuber und Gendarm, wie nennt man das außen spielten. Hat man gehört? Hast du's? Dich haaaabt. Bei mir ist es wichtig, wa? Ich wusste es! Das ist ein kleiner... Freunde, das Coole ist auch, zum Grund hat sich Screenshots Mavon bis gemacht und nicht Mikael, weil Mikael hätte so einen Baum oder so einfach gemacht. Unermalschwert. Hallo, das schneiden wir raus. Können wir das bitte blören? Bitte nicht Mikael, folgen. Soll ich zeigen, Digga? Ich zeig. Kurz. Nein. Nein, ich hatte vier AP, Digga. Ich sammle ein paar Münzen ein noch. Ähm, ähm... Sondens, André? Was? Tschüss. Das ist so eine Scheiße. Oh, der war wild, Digga, muss ich sagen. Genoschku. Ich hab die Treppe weggemacht. Parallelcheck, Digga. Ich weiß nicht, was ich da gedacht hab. Ich dachte, ich war der Killer von Aria. André, willst du noch kommentieren? Nein, oder? Ist das nicht mit meiner Qualle rum, Digga? Äh, äh, die Qualle ist 10. She said she was true. Nur für dich, okay? Nur für dich. Okay. Oh nein. Jetzt geht's mir los, Digga. Oh nein. Oh nein. Oh, Digga. Oh, Digga. Oh, Digga. Sieh, wie cringe. Ich dich TikTok, Digga. Oh, ich schwör. 50 Holzen, oh, Junge. Was sind das für Preise? Oh, das war wild. Leichter Preis, Digga. Das Geld hat ich gesagt. Das war nicht anders. Ich schwör, ja. Ich fack die in die Hose. Der Ort war ein Stream, Digga. Ganz sein Wack-Bed. Oh, ich schwör. Okay, rauf da. Hä? Wild. Okay. Sven, Digga. 100% akkurat, Freunde. Er verfehlt nichts. Er sucht ihn, er findet ihn nicht, er bleibt in der Straße hekt. Ist der wirklich? Yes. Dann legen wir los in 3, 2, 1, go. Lack, wieso hab ich nur alleine den kompletten Lütz? Weil ich Mörder bin. Ich schwör, er war zu kurz verschlackert. Ich schwör, er hat da Ton mal gemacht. Batz! Josch, du denkst, du bist cool? Denkst du nur, weil du baut die... Leute, Leute! Oh, geil! Wir waren vom ganzen YouTube. Jungs, seid ihr besoffen? Oder was ist los mit euch? Guck mal, ich sag euch early. Helikopter, das macht richtig gar keinen Sinn. Er hat mich verwirrt, ey. Was, 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 was? Stopp, 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 warte, schnell! Was? Ich nach... Ich kann nicht lesen. Ich, der nach dem Landarbeitstag denkt, dass nichts den Tag schlimmer machen kann. Okay, André, weiter. Okay. Von Mikael. Guck mal, es ist ein Meme, es ist ein... Mikael, Bruder, hast du eigentlich keine Hobbys, oder...? Stopp, stopp, stopp! Das war real, Bro! Ich hab ne Gruppe mit Mikael und Melfemes, Freunde. Und Mikael macht immer so Cringe-Sachen, so Cringe-Dogs, Digga. Warum? Warum? Lange Arbeit, du nimmst Bilder und machst einfach den Pin... Weil, Digga, Arbeits-Fuck, der geht auch in den Kindergarten, Digga. Ich schwör, Digga. Scheiß auf den, weiter. Okay, Bruder, hast du eigentlich keine Hobbys? Ist doch gut eigentlich, wie du das sagst. Wir wollen ein bisschen Spaß haben, wir gehen in die Mitte und fetzen uns da. Auch André? Das Double-Damage ist geil, ne? Das Double-Damage ist normal. Einfach die ganze Double-Damage und Münzen aufs Sammeln. Double-Damage, Münzen aufs Sammeln. Digga, hast du in den Kopf gepinnt. De la Fuerte, de la Mama, de la Pipi, de la Gonzales, de la Ataco in meine Ass! Digga, wer macht da auf Ehrenlust da oben? Putz! Putz! Dadadadadada Jajajaj, Jajaja Ich hab Marek 100 HP in der Luft abgezogen. Ja, ich schwör. Nee, 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 nee. Oh, don't. Auch von OGMC Pringles, Ringles, Stringles. Oh, geil! Okay, Fanny? Andre ist wie Hunde. Du bist wie Hunde. Was? Hallo? Hallo, Andre? Ich hab's versucht, aber ich will dir weggeschmissen wie ein Stück Müller. Hallo, Andre? 150, 250, 350. 350. Und das war absolut scheiße, ne? Ich glaube. Ich glaube. Du bist an einem Null, aber bist du jetzt schon... Okay. Ich sag dir alles, Lamborghini, Digga. Let's go. Alles gut. Alles gut, alles gut. Und man spielt damit immer. Ich bin ohne Schmanz und ich bin ein fettes Kind eigentlich. Ich auch. Ich auch. Boah, da waren noch weniger. Oh, Mann. Wir sollten irgendwann mal abnehmen, sonst werden wir irgendwann mit 40 nicht mehr laufen. Scheiß drauf, Digga. Scheiß drauf, Digga. Lecker. Ich will doch auf die anderen Garagen warten. 400. 500. 300. Oder? Boah. 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 Das ist so die, so wild, so richtig early. Dann legen wir los in 3, 2, 1, go. Was geht's? Lack, wieso habe ich nur alleine den kompletten Lutputz gemacht? Digga, wieso habe ich Full Gold, aber davon keine AK? Was ist das? Mit Udo, Mann. Bin ich durch early, Digga. So early war ich noch nie in meinem Leben. Ihr wisst, was early heißt. Digga, seine early-Phase war schlimm, Digga. Ja, das geht noch, glaub mir. Die early-Phase. Sag ich dir early, Digga. Das ist einfach von Anfang an fangen. Hallo. Ja, ja. Ganz wichtig. Und es geht los. Los. Los, los, los. Ich habe 100.000 Schuss in meinem Leben drin. Und er steht, ich kratze mir den Gesicht weg. In the row. Was? Ja, das war dieser Tanz, den Digging immer macht. In the row. In the row. Der freut mich in den Nahkampf. Es war so eklig, Alter. Hier stinkt dich voll, du Furzknoten. Du Furzknoten. Ja, so hätt ich meinen Sohn immer, da muss man lachen. Bin ich durch early, bist du bereit, Digga? Ciao. Das ist unfair, nein, nein. Das ist so kassiert, Digga. Ey, das kann nicht sein. Hä, ist das so? Das zählt nicht. Bro, das ist nicht wahr. Ey! Wenn du ganz dran gehst, machst du selber Schaden. Scheiße. Oha, wildest du, ey. Digga, ich einfach... Junge. Tut's! Ah, shame! Ah, shame! Kannst du absteigen? Geht nicht, egal. Und tschau, André, Digga. Mach's gut, Digga. Tschau, Mann. Wir sehen uns, gell. Ähm... Wo bin ich? Hallo, André? Oh, ich hab wildes Looping gemacht. Wildes Looping? Und auf einmal... Chill Crack. Chill Crack. Chill Crack. Uuuuh, Junge! Zuuuh! 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 Okay, die Looping wird drauf. Dann das Leben. Oh, du Mann, das ist eine dicke Sau. Ah! 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 Ah, ich liebe das, Digga. Oh mein Gott. Noch einen. Willst du nochmal? Komm rein. Komm. Ich geb dir No-Scope-Jagd-Gewehr. Wenn ich das schaffe, hab ich gewonnen. Oh! Ah! Hast du nichts, Digga? Ach, ich schwö hab ich. Digga. Ich muss auch eine Katze anzünden, Digga. Hier, André, wir denken an... Ah! Ah! Warte, 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 warte! Das ist nochmal Sinn. Ah, stopp, stopp. Ah! Oh mein Gott, das ist auch wichtig, Freunde, dass wir uns nochmal angucken. Warte. Das war der Krasseste bis jetzt. Ach, ich schwö hab ich. Digga. Ich muss auch eine Katze anzünden, Digga. Hier, André, wir denken an... Ah! Renn noch! Ja! Kanter. Ach, du SCOKE. André? Guck, guck, guck. Renn noch,lio. Ah! Also, wunderbar! Die MGG healthcare. Ab jetzt, warte, mach Pause, mach Pause, mach Pause, mach Pause! Okay, Odoman, ab jetzt werden Streams durchgezogen. Auch Odoman, jeden Dienstag und Donnerstag. Okay? Ich würde nur ganz kurz sagen, heute kein Stream. Ich habe auch nicht zu viel Probleme gewesen. Ich hoffe, ihr akzeptiert das und versteht das. Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Warte kurz! Warte kurz! Jetzt kommt wieder Lady-Dings! Ich habe für die guten Zeiten schon eine Kerze nebengestellt. Muss ich das anmachen, ohne meine Finger zu verbrennen, das wird hart. Ah! 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 Wieso macht man Kerzen so kacke, Digga? Oh nein! Oh nein! Digga! Abonniert mein Schwarm! Er hat meinen Schwarm! Perfekt, Digga! Ciao! Hau ab, Junge! Ich will für mich! Irgendwann ist halt auch nicht mehr lustig, weißt du? M-M-Memes M-Mememes M-Memes Deine Mutter ist fett M-Memememes Deine Mutter ist fett Okay, reicht doch Digga, was das für eine Cracking-Musik Mal gucken, ob er das andere eingebaut hat Ja! Fange den Ball, Digga Hat der? Kade von ihm Hat der nicht, Digga Ich hoffe ich Ich wollte, dass wir immer mehr Hände haben Weißt du, dass wir irgendwann so mit Jungen die ganze Zeit so machen, Digga. Das wäre gut. Bist du liked das? Bist du liked das, Mephi. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Ich habe einen Coretaral-Schaden und André ist fett. Ja. Abonniert meinen Kanal, denn wir sind nett.